Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend mit Uwe Jäger. Tom Gable, das ist Swing-Musik, Big Band Sound und vor allen Dingen eine ganz besondere Stimme. Und mit der hat der Sänger auch in diesem Jahr wieder beim SR3 Weihnachtskonzert für ordentlich Vorfreude auf das Fest gesorgt und bei der Gelegenheit auch bei SR3 aus dem Leben vorbeigeschaut, worüber ich mich sehr freue. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Du warst schon öfter zu Konzerten im Saarland, auch schon für ein SR3-Echt-Live-Konzert. Gute Erinnerungen an die Konzerte? Immer sehr, sehr gute Erinnerungen. Ja, tatsächlich. Aber ich bin auch nicht der Beste, wenn es darum geht, wann war ich wo. Also ich auch jetzt auf der ganzen Tour kommen ganz oft Leute, ja, wir haben uns ja schon mal da und dort gesehen. Ich denke immer, meine Güte, also auch innerhalb der Band wissen viele Leute immer viel besser, wo wir überhaupt schon waren. Und ich erkenne dann die Location oder wo wir spielen halt oft immer erst, wenn ich auf der Bühne stehe. Ihr seid unheimlich viel unterwegs, vor allen Dingen jetzt im Dezember mit eurer Christmas-Tour. Ist das wirklich so, dass man dann manchmal überlegen muss morgens, Mensch, wo bin ich jetzt eigentlich? Das liegt immer ein bisschen daran, wie viel man abends noch getrunken hat, aber eigentlich es geht. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch schlimmer werden. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte rum von den Konzerten, die wir spielen. Aber bisher ist es vor allen Dingen so, dass es wahnsinnig viel Spaß macht. Aber es ist auch, es ist immer wieder erstaunlich, wie anstrengend das ist, einfach auch zu reisen. Also der Auftritt ist fast immer, das ist fast immer das Erholende für mich und auch für die Jungs aus der Band. Dieses viele Gereisen, im Auto sitzen und durchgeschaukelt werden, aus ihrem Grund ist das immer wahnsinnig anstrengend. Also da muss man immer wirklich aufpassen, dass man irgendwie fit bleibt, dass man es auch nicht zu sehr krachen lässt. Sonst baut man immer im Laufe der Tour immer mehr ab. Wie machst du das, ja quasi so diese Strapazen des Reisen und Tourlebens auszuhalten? Ja, ich muss mich einfach, ich habe gestern noch gesagt, ich muss mich einfach zusammenreißen. Ich muss mich jetzt mehr zusammenreißen. Das ist ja immer so, man feiert ja auch im Grunde, man feiert ja eine Party. Für die Leute ist das dann vielleicht ein Abend in der Woche, wo sie mal weggehen, zum Beispiel dann zu uns. Und wir feiern dann und haben viel Spaß und auf der Bühne gibt es auch den einen oder anderen Drink immer bei uns. Und dann muss man aufpassen, wenn man dann von der Bühne geht, dass man da nicht einfach weitermacht, sondern ich muss mich da auch einschränken oder auch einfach früher ins Bett gehen. Viel Disziplin dann. Ja, man braucht wirklich Disziplin. Und die ersten paar Tage war ich sehr diszipliniert. Dann ist es so ein bisschen eingerissen und dann fing es auch an mit, ach komm, da liegen so leckere Lebkuchen und dann geht es auch mit dem Essen los und so. Und jetzt ist es an der Zeit, mich wieder am Riemen zu reißen für die letzten Konzerte. Du hast die Stimmung angesprochen. Ich war das letzte Jahr das erste Mal bei eurem Weihnachtskonzert. Das macht wirklich unheimlich viel Spaß und ihr macht eine super Stimmung. Ist wahrscheinlich dann auch schwierig runterzukommen nach so einem Abend für euch oder für dich auch. Ja, tatsächlich, weil man hat dann schon sozusagen die Fröhlichkeit, die man mit dem Publikum geteilt hat, die nimmt man halt so mit. Dann fühle ich mich jetzt auch nicht so direkt danach ins Bett zu gehen. Sondern dann möchte man auch irgendwie ein bisschen was machen, ein bisschen quatschen, ein bisschen noch den Abend verlängern. Und das geht aber auch, ich merke das auch, je älter wir werden oder ich auch werde, merke ich, das geht nicht mehr ganz so leicht wie früher. Also das weiß ja jeder, man steckt das nicht mehr so leicht weg alles. Also wir machen noch genug Feier am Abend und danach strecken wir uns dann ein bisschen ein vielleicht. Gute Laune für viele ist deswegen ein festes Datum im Kalender, eure Weihnachtstour, weil ihr eben ja so ein bisschen Glamour auch verbreitet. Ja, ein bisschen Spaß, ein bisschen Las Vegas-Feeling. Ja, ich freue mich auch total darüber, dass das so gut angenommen wird mittlerweile. Wir machen das ja schon seit einigen Jahren. Das fing an mit einem Konzert, was ich mal gegeben habe in Köln, da wo wir sozusagen zu Hause sind, mehr oder weniger. Und dann ist das immer mehr geworden, bis wir jetzt quasi jeden Tag im Dezember jetzt spielen, bis auf 24, 25 und 26. Und was natürlich irgendwie total krass ist in gewisser Weise, aber auch total Spaß macht und mich sehr freut. Die Leute, ich war gestern auch und habe mir das Bühnenbild angeguckt die letzten Tage und ich denke dann auch, ja, es sieht auch einfach schön aus. Das macht Spaß, da würde ich mich auch gerne hinsetzen und zugucken. Es hat sowas Heimeliges und wir machen ja auch heimelige Musik und aber auch spaßig und vor allen Dingen aber auch mit so einer Klasse. Ich habe ja eine wahnsinnig gute Band, da freue ich mich jeden Abend darüber, wie gut die Jungs sind. Zwölf Leute, ne? Oder dreizeit? Ne, wir sind jetzt mit neun Leuten unterwegs. Mit neun Leuten unterwegs, ja. Es ist immer noch ziemlich groß und eine Menge Tohwabohu. Und uns besuchen ja auch dann immer die Leute auf den Konzerten und singen noch einen mit oder machen irgendwas vor oder spielen noch irgendwas. Das macht echt viel, viel gute Laune. Und ja, ihr habt, die Lieder, die ihr singt, ist so ein Mix aus ja klassischen Weihnachtsliedern und eben amerikanischen Weihnachtsliedern, auch ein bisschen eure eigenen Songs. Was macht für dich so ja dieser Sound dieser amerikanischen Swing-Lieder und Weihnachtslieder auch aus? Also das war ursprünglich die Idee, so ein Album zu machen wegen dieser Songs, dieser leichten Weihnachtslieder, sage ich mal. Die deutsche Tradition ist ja eher so schwer, gerade die kirchlichen Lieder natürlich, es ist ein Roßendsprung und so. Damit macht man jetzt nicht unbedingt so einen locker leichten Partyabend, muss man ja auch gar nicht. Das kann man sich dann woanders anhören. Wir sind eher so in der Tradition, was es so seit den 30er Jahren vielleicht so mehr und mehr gibt in Amerika mit Rudolph the Red-Nosed Reindeer, solche Sachen, Frosty. Und in der Richtung habe ich ja auch einige Songs selber geschrieben und wir holen uns so alles aus den verschiedenen Welten und machen so ein, ja wirklich so ein Las Vegas Weihnachtsmix daraus. Muss man selbst auch Weihnachtsfan sein, wenn man ja im Dezember so viele Konzerte mit Weihnachtsliedern spielt? Ich bin tatsächlich wieder richtig zum großen Weihnachtsfan geworden. Für mich war Weihnachten natürlich sonst extrem mit meiner Kindheit so verbunden. Das sind so die großen Erinnerungen, die ich so an Weihnachten habe. Wir haben immer Weihnachten gefeiert und auch jedes Jahr mit meiner Mutter und mir hat das auch immer Spaß gemacht. Aber wenn man älter ist, dann verliert das so ein bisschen an diesem Zauber, den man halt als Kind hat, wenn man da Geschenke bekommt und dieses ganze Glitzer sieht und so und diese Gerüche riecht. Aber dadurch, dass wir jetzt wieder so stark angefangen haben zu feiern und auch wirklich mit viel Glitzer und mit allem, was so dazugehört, bin ich wieder so richtig da reingerutscht, so reingewachsen langsam. Also ich freue mich sehr darüber immer. Last Christmas, viele hassen den Song, andere lieben ihn. Wie ist es bei dir? Ich tatsächlich mag den Song sehr gerne, sonst hätte ich ihn auch nicht aufgenommen. Den haben wir immer, also erstens, ich konnte es nie nachvollziehen, das ist ja auch immer, das finden die Leute ja auch schon wieder witzig. Dann immer so, Last Christmas, jetzt die Lebkuchen im September und jetzt läuft schon wieder Last Christmas und alle jammern. Aber das ist natürlich immer auch alle so richtig ernst, meinen die es glaube ich gar nicht. Ich fand das auf jeden Fall immer gut, ich mochte den Song. Es gibt viele grauenhafte Weihnachtstieder, weil natürlich auch alle Welt immer wieder versucht, ein Weihnachtshit zu landen. Und jedes Jahr versuchen, kommen dann irgendwie 350 Pop-Weihnachtssongs neu raus und alle versuchen es irgendwie. Ich finde Last Christmas, das ist wirklich zu Recht ein großer Klassiker. Absolut. Den haben wir dann halt ein bisschen nach Sinatra, in die Sinatra-Richtung gedreht. Den spielen wir auch jeden Abend, klar. Und das macht total viel Spaß. Und die Leute singen auch immer mit und haben auch Spaß dran. Also zumindest bei uns auf dem Konzert hat sich noch keiner beschwert, den Song zu hören. Er ist wirklich sehr schön geworden und er ist ja auf deinem dritten Weihnachtsalbum, A Christmas to Remember, drauf. War es schwer, aus der Wem-Nummer eine Sinatra-Nummer zu machen? Ja, komischerweise eigentlich nicht. Aber was heißt komischerweise? Normalerweise ist es immer so, dass Songs, die so eine gewisse Klasse haben, die auch so eine Substanz haben, auch einfach musikalisch, aus denen kann man immer viel machen. Ein Song mit zwei Tönen und einem Beat, der lässt sich schwer in verschiedene Stilistiken übertragen. Aber zum Beispiel Last Christmas, da kann man auch einen Bossa Nova draus machen. Da kannst du natürlich auch einen Rock-Song draus machen, wie auch immer. Aber ich finde, dieser leichte Sinatra-Swing, der passt zu dem Song und der nimmt jetzt nicht so die Atmosphäre ganz weg. Also wenn wir jetzt eine Rock-Nummer daraus gemacht hätten, dann hätte jeder sofort gesagt, irgendwie witzig. Aber eigentlich passt das ja nicht zu Rockmusik. Aber ich finde, diesen Sound, in dem Style, wie wir den jetzt gespielt haben, eingespielt haben auf dem Album, bewahrt ja so seinen besinnlichen und beswinglichen Charakter. Auch immer ein bisschen gefährlich, weil mit dem Song und vielen anderen Songs, denen du auch deine eigene Note gibst, ist es gefährlich, die auch zu verändern. Weil die Leute haben ja auch eine Beziehung zu den Songs und mögen sich oder verbinden was damit. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, der Gelbe soll mir nicht meine schöne gewohnte Version kaputt machen. Aber man hat dann ja natürlich einfach immer die Möglichkeit, sich das nicht anzuhören. Und die meisten Leute finden das immer witzig. Und ich sehe mich da auch in der Tradition, so wie das früher ja viel mehr üblich war bei den Sängern. Und in der ganzen Zeit, die Sängerinnen der Zeit der 40er bis 60er Jahre, die haben ja alle ständig ein ähnliches Repertoire gesungen. Deswegen findet man bei bestimmten Songs so viele tolle Versionen von unterschiedlichen Künstlern, die das alles auch mal probiert haben. Und dann denkt man immer, ach, das ist ja auch eine witzige Version von dem Song. Das hat dann halt nicht nur Sinatra gesungen, sondern auch Dean Martin. Dann hat es vielleicht Ella Fitzgerald gesungen. Und dann gibt es so eine Reihe von solchen Liedern, wo man dann wirklich denkt, ach schön, da gibt es die eine Version gefällt einem besser, die andere schlechter. Aber gute Songs, warum sollen die immer nur von den Urkünstlern gesungen werden oder aufgenommen werden? Denn Sinatra hat auch Yesterday von den Beatles gesungen und eine ganz tolle Version. Und das zeigt dann auch einfach, das hat so eine Klasse, dieser Song. Und das macht dann auch anderen Sängern und Sängern Spaß zu singen. Worauf kommt es dir drauf an, wenn du sagst, ich gehe an so einen Song, sagen wir mal Last Christmas und gebe dem meine eigene Note? Da bin ich tatsächlich ganz einfach gestrickt. Mir geht es einfach darum, ob er mir gefällt. Also da habe ich keinen weiteren Hintergedanken, ist es dies und jenes und bla bla. Sondern ich denke einfach, ach, finde ich witzig die Idee, gefällt mir, irgendwie lass das machen, dann probiere ich es ein bisschen aus. Wir haben ja auch für dieses Weihnachtsalbum, haben wir eine Menge an Songs natürlich auch gehabt. Eine Riesenliste, bestimmt 40, 50 Songs. Und das meiste schafft es natürlich dann letztendlich nicht. Ich sammle so über die Jahre. Also es ist ja auch witzig, dass wir schon das dritte Weihnachtsalbum gemacht haben. Aber es kommt immer wieder so viel neues Repertoire und so viele neue Songs, die mir auffallen, von denen ich denke, ach, das wäre doch witzig, den Song auch mal aufzunehmen. Zum Beispiel haben wir eine Version gemacht von dem Shaken Stevens Song, Merry Christmas Everyone. Den habe ich zusammen mit den Jungs von The Boss House aufgenommen. Und da dachte ich auch, ach, der Song ist ja irgendwie witzig, den kannte ich noch gar nicht lange. Und da machen wir aber jetzt mal eine Country-Version davon. Und dann ist eins zum anderen gekommen. Dann habe ich die Jungs von The Boss House gefragt und die haben mitgemacht und so. Und das war dann einfach witzig. Es gab andere Songs, die hatte ich mir auch so auf Halde gelegt und gedacht, hm, könnte man vielleicht was mitmachen. Das ist mir dann aber nicht so richtig gelungen. Dann dachte ich, naja, so eine gute Idee habe ich doch nicht davon. Aber vielleicht gibt es mal ein viertes Album, dann kommen die vielleicht da drauf. Vielleicht beim nächsten Album. Das ist ja auch ein Mix. 17 Songs haben es aufs Album geschafft. Teilweise auch eigene Songs von dir oder eben so Klassiker wie Wham. Gehörte Musik früher bei dir auch an Weihnachten dazu? In der Familie wurde gesungen, als du Kind warst? Bei uns wurde eigentlich mehr gespielt und das sind auch jetzt tatsächlich nicht meine allerbesten Erinnerungen. Das ist eigentlich völlig affig, aber das kennen bestimmt auch viele zu Hause jetzt, dass man es nicht so geliebt hat, vielleicht für die Eltern oder für die, bei uns waren es die beiden Omas, für die dann Musik zu machen. Aber ich weiß noch ganz genau, jedes Jahr zu Weihnachten gab es immer diese schlimme Stelle, wo wir eine Viertelstunde lang Weihnachtslieder spielen mussten. Ich an der Geige, mein Bruder am Klavier, einer Trompete, einer Cello und dann haben die Omas so zugeguckt und einer hat immer gesungen. Und uns, je älter wir wurden, war das natürlich schrecklich peinlich. Wir haben dann immer alles peinlich ist ab so einem gewissen Alter. Jetzt denke ich auch irgendwie, mein Gott, hättet ihr euch ein bisschen zusammenreißen können. Die Omas freuen sich doch darüber, das kann man doch wohl mal einmal machen. Da kommt ja auch eventuell noch das ein oder andere Geschenk dann hinter dem Baum vor. Aber das haben wir dann gemacht und dann irgendwann auch bleiben lassen. Und jetzt aktuell ist es einfach so, ich mache so viel Musik und singe so viel auf der Tour, dass wenn ich dann zu Hause bin bei meiner Mutter, dann sitze ich einfach gerne nur irgendwo, esse irgendwas Leckeres und dann unterhalten wir uns. Aber da muss ich nicht auch noch singen. Dann lässt du dich verwöhnen. Lass mich verwöhnen, ja. Für dein drittes Weihnachtseilbum hast du ja im Sommer ordentlich geschwitzt, weil du hast das im Juli, August aufgenommen, während draußen Bullen heiß war, André im Freibad waren. Und dann hast du Weihnachtslieder aufgenommen. Es ist ja tatsächlich so, wie in der Mode, dass man immer so gegen die Saison arbeiten muss. Und ich wusste das ja nun schon von zwei Alben, dass das so sein würde. Deswegen war das diesmal nicht so krass für mich. Aber es ist tatsächlich witzig, dass man sich dann wirklich einlässt. Ab Juni eigentlich, da habe ich so die ganzen Songs gesammelt und meine Notizen der letzten Jahre so durchgearbeitet und habe dann ab Juli auch eigene Songs geschrieben und so, die Arrangements angefangen. Und der ganze August war im Grunde ein kompletter Monat nur im Studio bei mir und wir haben aufgenommen und aufgenommen und gemacht und getan. Und man gewöhnt sich aber daran irgendwie. Das ist erstaunlich. Es ist schon schräg. Zu der Zeit war der Sommer gar nicht mal so gut bei uns. Das war so eine kleine Hilfe. Kleine Hilfe. Aber natürlich ist das trotzdem irgendwie abgedreht, dass man, die anderen gehen dann ins Freibad oder fahren Urlaub und wir gehen so ein bisschen ins Studio und denken an Frosty, den Schneemann und solche Geschichten. Aber es funktioniert. Und wie bringt ihr euch in Stimmung? Gab es Glühwein oder habt ihr einen Christbaum aufgestellt? Gott sei Dank nicht. Den einzigen Fehler, den ich wirklich gemacht habe, ich habe sehr viel Schokolade gekauft, so weihnachtsmäßig. Ich dachte, wir brauchen viele Süßigkeiten. Mittlerweile sind alle immer so auf dem gesunden Trip, die essen alle so wenig Süßes. Das ist dann alles bei mir gelandet. Und ich habe dann leider, ich habe auch die ersten Tage, habe ich mich komplett zurückgehalten und dann ist es bei mir einfach eingebrochen. Dann fängt es irgendwann an und denkt, ach man, es ist ja auch stressig natürlich. Man kennt das. Wenn man Stress hat und irgendwas machen muss und jetzt noch wieder zwei Stunden aufnehmen irgendwas. Und dann, ah, da liegt die Schokolade. Und da her damit, zack, 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 da habe ich ordentlich schon zugenommen. Und das passt ja zu Weihnachten. Das passt ja, klar. Aber da habe ich schon im August, habe ich mir schon mal Winterspeck angefangen zuzulegen. Es sind auch eigene Songs von dir drauf, eben nicht nur diese modernen Klassiker. Worauf kommst du hier bei deinen Liedern an? Vorhin hast du gesagt, klar, bei denen, die du auswählst, geht es ja darum, ob dir das Lied auch einfach gefällt. Aber wenn es deine eigenen Songs sind. Da ist es natürlich auch schön, wenn es mir selber gefällt. Also klar, die eigenen Songs gefallen einem natürlich immer. Sonst würde man sie nicht schreiben. Das ist tatsächlich einfach, ich dachte zum Beispiel, bei einem Song dachte ich einfach, das Album habe ich jetzt genannt, Christmas to Remember. So ein Weihnachten, an das man sich erinnern wird. Und da dachte ich, das wäre doch eigentlich schön, auch so einen Song, der so heißt zu haben. So wie so ein Titelsong. Und den habe ich dann geschrieben. Und das war die Geschichte hinter dem einen Song. Das ist einfach ein süßer, kleiner Song. Nicht besonders schnell, nicht besonders laut. Einfach nur ein süßer, kleiner Swingsong. Und dann gibt es einen Song darauf. Das ist gar kein richtiger Weihnachtssong. Das ist eher ein Wintersong. Den habe ich einfach mal so im Gedanken geschrieben. Einfach so ein verliebtes Paar, was durch den Schnee läuft. Und der war auch gar nicht so unbedingt für das Weihnachtsalbum gedacht. Aber als ich dann gemerkt habe, Moment, der ist doch zumindest winterlich. Den nehmen wir drauf. Der heißt Komm, wir gehen zusammen. Und ein Song, den ich wirklich ganz bewusst auch geschrieben habe. Weil ich ja normalerweise immer so für das Leichte stehe. Und das mache ich ja auch gerne auf der Bühne. Da sind wir natürlich witzig unterwegs. Und haben immer auch so ein bisschen was Ironisches. Und so ein Zwinkerauge. Das ist aber mal ein Song, der zeigt so das Melancholische an Weihnachten. Denn diese Seite habe ich natürlich auch, wie alle anderen Menschen auch. Dass man gerade zur Weihnachtszeit auch immer an die Leute denkt. Oder zu Weihnachten, die nicht mehr mitfeiern. Und das beschreibt dieser Song. Und der heißt Weihnachten mit dir. All I want for Christmas is you. Inzwischen auch ein Klassiker für viele an Weihnachten, der an Weihnachten nicht fehlen darf. Du hast den ja mit auf deinem dritten Weihnachtsalbum mit einer Sängerin gemeinsam. Ein Duett, ein tolles Duett geworden. Ja, tatsächlich. Das sind auch auf diesem Album sind tatsächlich erstaunlich viele Zufälle irgendwie gelandet. Zum Beispiel war es bei dieser Sängerin Sabrina Weckerlin, eine großartige Musicalsängerin aus Hamburg. Von der Eiskönigin. Von der Eiskönigin bekannt und berühmt. Das war, ich wusste, mir war das gar nicht klar. Ich bin nicht so ein großer Musicalkenner und habe selber die Eiskönigin weder im Kino, also auf dem Film noch das Musical gesehen. Aber ich bin total oft darauf angesprochen, was, du singst mit der, das ist ja toll. Oder die singt mit dir, großartig. Ich habe sie einfach nur bei einem Konzert in Hamburg gesehen im Januar, Anfang des Jahres. Und wir waren auf dem selben Konzert. Sie war Gast und ich war auch Gast. Und ich hörte dann so im Backstage, da dachte ich, was ist das für eine wahnsinnige Sängerin, die da gerade auf der Bühne singt. Da habe ich so gelinst und das war bei den Proben. Und dann war das sie halt. Und dann dachte ich, das ist ja Wahnsinn, super nett auch, super unkompliziert. Und da habe ich sie einfach gefragt, ob sie Lust hat, den Song mit mir zusammen zu singen. Und das hat total Spaß gemacht, aufzunehmen, zu performen. Wir waren mit ihr bei Carmen Nebel im Fernsehen. Alles super gewesen. Macht einfach eine Riesenmenge Spaß. Und sie war auch bei einem Konzert dabei bei uns. Hat leider so viele andere Sachen auch zu tun, dass es nicht öfter geklappt hat. Aber immerhin, einmal haben wir es auch live gespielt. Ein schönes Duett ist es auf alle Fälle geworden von diesem Weihnachtslied, was viele auch mögen. The Boss House ist dabei, hast du schon erzählt. Helmut Lotti auch. Wie funktioniert das? Bei Sabrina hast du einfach hinter der Bühne gesagt, Mensch, hättest du nicht Lust mit der tollen Stimme? The Boss House und Helmut Lotti, ruft man da einfach an? Bei Helmut Lotti war es wirklich so, weil ich den schon mal kennengelernt habe. Man lernt die Leute immer mal vielleicht bei irgendeiner Fernsehsendung oder bei einer Radiosendung. Irgendwo trifft man auf die Leute natürlich im Laufe der Jahre. Also Helmut habe ich schon ein paar Mal kennengelernt. Und wir haben immer nur mal so ein bisschen kurz gequatscht. Ich wusste aber, dass es ein total netter, witziger Typ ist. Und dann habe ich diese zwei Rock'n'Roll Weihnachtssongs zusammengepackt. Jingle Bell Rock und Christmas Rock. Und dachte so, das kann man so ein bisschen in so einem Twist-Style machen. Und ich habe dann so ein Medley entworfen und dachte dann, hm, das wäre doch irgendwie auch was witzig, noch mit einem anderen Sänger zu machen. Und da kam ich dann direkt auf Helmut Lotti. Der Elvis fängt glaube ich auch erst. Genau, weil ich wusste noch, als ich noch junger Posaunist war und in Amsterdam studiert habe, das war noch schon 1996, da war Helmut Lotti natürlich schon total bekannt oder berühmt sogar. Und ich wusste, dass er auch früher als Elvis-Sänger oder als Elvis-Imitator so seine ersten Versuche gemacht hat, dass er das also total gut kann. Und dann habe ich ihn einfach gefragt. Und er hat Lust gehabt und der ist dann zu mir gekommen ins Studio. Und das war wirklich ein sehr witziger, netter Nachmittag. Inwiefern? Ja, er ist halt gekommen und ich sagte, boah, das ist toll, dass du kommst. Das dauerte drei Stunden, aus Belgien herzufahren. Er sagte, nee, gar kein Problem. Gerade an dem Tag hätte er ein neues E-Auto bekommen und das könnt ihr dann endlich, das könnt ihr jetzt mal ausprobieren. So unkompliziert ist er dann einfach. Gut, dass er angekommen ist. Ja. Bei euren Weihnachtskonzerten, das Schöne ist, ihr verteilt auch Wunschzettel und erfüllt Wünsche. Die Leute, eure Gäste können sich Lieder wünschen. Hast du die alle drauf oder hältst du da auch manchmal die Luft an und denkst, boah, jetzt was da kommt? Nee, also es ist natürlich so, ich kann natürlich schon eine kleine Vorauswahl machen. Ich sehe ja nur die Wünsche, dann sehe ich, ah, okay, den Song spielen wir eh. Da sage ich manchmal auch, ja, das kommt jetzt ein bisschen früh. Wenn zum Beispiel der erste Wunsch ist White Christmas, dann weiß ich schon, den spielen wir eh bei jedem Konzert ungefähr als letzten Song. Das ist immer so unser Rausschmeißer in gewisser Weise. Und dann sage ich, den spielen wir eh noch später. Dann gibt es so Songs, wo ich weiß, das kriegen wir irgendwie hin. Es gibt aber auch manchmal einfach Lieder, wo wir, wenn wir die gar nicht kennen, wo ich dann einfach, oder wo wir es witzig finden, dann denken wir uns halt aus, wie das klingen könnte. Dann machen wir solche Versuche. Der eine fängt irgendwie an mit ein paar Harmonien, dann spielt der Schlagzeuger. Und dann denke ich mir irgendeinen Text aus. Das ist manchmal witzig, manchmal gelingt es auch nicht so gut. Aber meistens ist das immer sehr witzig. Und dann singen wir da irgendeinen Song, den es ganz anders in Wirklichkeit gibt. Singen wir einfach so, wie wir es machen. Und wie ist das mit den Wünschen? Sind das eher so klassische Weihnachtslieder, was weiß ich, deutsche? Oder eben die Songs, die wir auch angesprochen haben? Es ist ganz unterschiedlich. Je öfter wir irgendwo schon gespielt haben, wie zum Beispiel in Neunkirchen, desto witziger werden auch die Wünsche. Die trauen sich dann. Wir haben natürlich auch seit einigen Jahren das Highlight. Ja genau, die fordern uns und finden es irgendwie witzig. Oder singen mal selber mit. Wir haben schon einige Male eine großartige Version von irgendwelchen Leuten gehabt, die auch einfach selber dann My Way mit mir zusammengesungen haben von Sinatra. Und das ist eigentlich immer witzig. Ich finde es immer witzig, wenn Leute auf die Bühne kommen. Wir haben mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren so eine Bar, die so beliebt ist. So eine kleine Bar, wo es dann so ein paar Getränke gibt, wo man sich hinsetzen kann. Da gibt es immer Leute, die sich das wünschen. Und dann kommen die halt auf die Bühne, dann quatschen wir kurz. Dann suchen sie sich irgendeinen Drink aus, vielleicht einen Wein. Oder ein Sekt oder irgendwas. Und setzen sich da hin und bleiben dann ein paar Lieder da sitzen, solange sie Lust haben. Und feiern einfach so ein bisschen mit. Mehr erste Reihe geht nicht. Nee, wirklich. Aber die ganzen Texte, wie ist das? Du hast mittlerweile auch ein riesen Repertoire. Passiert es mal, dass man einen Text vergisst? Oder sind die so verändert? Das passiert bei jedem Konzert. Auch immer. Ich bin legendär für meine Textpatzer. Also Leute, die öfter in die Konzerte kommen. Auch meine eigene Frau, die denkt auch mal, ach, da hast du dich ja schon wieder versungen bei dem Song. Und dann, das passiert einfach. Ich will da ja auch keinen, kann nicht so einen Teleprompter haben. Das ist aber auch nicht schlimm. Also nur, weil ich da mal irgendwie ein Wort anders singe oder so, da bricht nicht alles zusammen. Das verzeihen die Leute mir auch. Also das ist nicht so schlimm. Das ist auch nichts, was dich dann aus dem Takt bringt oder so, aus dem Rhythmus. Nee, das funktioniert. Ach zu Not muss man mal das Publikum singen lassen. Bei den bekannten Songs geht das ja natürlich gut. Du spielst ja in der Vorweihnachtszeit unheimlich viele Konzerte mit deinem Orchester. Wie ist es dann, ja so unterwegs zu sein? Das ist ordentlich anstrengend. Wie gelingt es euch da auch fit zu bleiben und euch nichts einzufangen? Das ist tatsächlich das größte Risiko oder meine größte Angst, dass ich einfach krank werde. Bei mir reicht, es muss ja nicht mal Corona sein oder die Grippe. Ich habe mich zwar auch gegen beides impfen lassen dieses Jahr, aber das reicht bei mir eine normale Erkältung, wo ich dann heiser bin und nicht singen kann. Das wäre schon schlimm. Bisher ist es immer komischerweise alles gut gegangen, auch bei den letzten Tourneen. Ich passe schon so ein bisschen auf. Wir kommen ja Gott sei Dank gar nicht unter so viele Leute. Ich versuche es auch, den Kontakt nicht so ganz so eng zu machen mit den Leuten. Wenn wir dann Autogramme geben, dann fällt es mir dann doch immer wieder schwer. Dann gibt es viele Leute, die wollen ein Foto machen. Dann umarmt man sich natürlich auch. Bisher ist alles gut gegangen. Ich versuche einfach ein bisschen aufzupassen. Und dann trotzdem warm eingepackt? Die Stimme wird geschont und gepflegt? Ja, die könnte noch mehr geschont werden und gepflegt werden. Aber für mich sind tatsächlich die Weihnachtskonzerte relativ unanstrengend, weil wir auch viel mit den Leuten ja Spaß machen. Ich singe also nicht durch. Es gibt so Konzerte, wo ich wirklich mehr oder weniger 90 Minuten durchsinge. Das ist für mich natürlich viel anstrengender, als wenn wir zwischendurch mal wieder einen Wunsch erfüllen. Dann quatsche ich ein bisschen, dann kommt jemand auf die Bühne, dann singt vielleicht mal jemand anders was. Oder das Publikum singt. Also im Endeffekt sind diese Konzerte nicht ganz so anstrengend. Aber das Reisen an sich ist natürlich immer anstrengend. Vor allen Dingen auch, dass man so, je weniger man macht und je mehr man rumsitzt, desto schlapper wird man irgendwie. Also dieses ewig im Auto sitzen ist immer tödlich. Wir haben zum Beispiel heute Morgen, haben wir mehreren aus der Band, haben uns alle wiedergefunden im Hotel, Fitnessraum, um einfach mal ein bisschen was zu machen. Das ist dann immer gut, wenn wir die Möglichkeit haben dazu. Das glaube ich, ja. Aber ansonsten, trainierst du sie auch zwischendrin ein bisschen, deine Stimme? Ja, auf jeden Fall. Ich mache Übungen, natürlich. Ich muss mich auch warm singen, ganz, ganz klassisch. Jetzt ist die Stimme zum Beispiel gerade so ein bisschen tiefer, als sie sein sollte. Das kriege ich aber von den Konzerten immer gut hin. Ansonsten, wenn ihr auf der Bühne steht, wie sich das ja auch für das Las Vegas Feeling gehört, immer im Smoking. Wie viel Smoking hast du im Schrank hängen? Da ich immer mal wieder ein paar wegtue, geht es immer. Aber ich habe bestimmt fünf, sechs, sieben da hängen und ich habe schon viele, viele gehabt und verschlissen. Und manche passen mir leider auch nicht mehr aus den ganz frühen Jahren. Manche würde ich auch nie mehr anziehen, weil ich die jetzt denke, was ist das für ein alberner Smoking? Deswegen, dass ich das jemals gut fand. Aber es ist schon eine Menge, Menge los bei mir an Smokings. Es ist trotzdem, finde ich es relativ einfach und simpel. Ich habe jetzt ein paar Smokings mit auf Tour. Gerade gestern ist bei einem noch ein Knopf irgendwie kaputt gegangen, der wird dann heute irgendwie repariert. Aber ich weiß halt immer, was ich anziehen muss. Machst du das selbst, Knopf annähen? Nein, nein, ich konnte das. Mir hat jemand, wir haben so einen Tourleiter, der hat gesagt, Tom, kein Problem, ich kümmere mich drum. Ich warte mal heute ab, wie es dann, wie es geworden ist. Ich konnte das irgendwann mal, aber ich habe es irgendwie zu selten dann doch gemacht. Was macht das Smoking mit einem, wenn du den anziehst? Ich meine, der sieht natürlich total elegant aus, aber auch in gewisser Form auch lässig. Verändert der dann auch bei dir was? Also bei mir führt das Anziehen des Smokings immer dazu, dass ich so in die richtige Stimmung komme. Das ist tatsächlich egal, was man vorher gemacht hat. Das ist ja wirklich alles anstrengend. Dann gibt es hier eine zugige Halle, irgendwas klappt nicht oder so, es gibt irgendwelche Nerven rein. Das kann alles mal passieren. Und dann ist ein ewiges Gewusel natürlich auch mit so einer großen Band und überhaupt mit so vielen Leuten, die da überall rumlaufen. Wenn ich dann aber den Smoking anziehe, mir das Hemd zu Knöpfe, so Fliege umbinde, diese ganzen Sachen, das ist wie so ein Ritual, um dann so in die Rolle zu finden. Das mache ich auch nicht, mache ich nicht eine Stunde vorher, sondern das mache ich ungefähr eine Viertelstunde vor Konzert erst. Und dann komme ich so runter, dann singe ich noch so ein bisschen dabei, dann überlege ich mir noch irgendwie, was ich vielleicht sagen möchte oder was wir heute vielleicht anders machen, wie auch immer. Und dann in dieser Zeit werde ich dann sozusagen bereit für die Bühne, möchte ich mal sagen. Und wenn das Konzert rum ist, bist du froh, wenn du auf jeden Fall raus bist? Nee, tatsächlich nicht. Die sind nicht unbequem, die kann ich gut tragen. Ich schaue dann einfach, dass ich rauskomme wieder, damit er noch möglichst lange hält natürlich. Du hast schon erzählt, das Anstrengende auf der Tour ist viel unterwegs sein, im Auto sitzen und so. Kannst du zum Beispiel gut aus dem Koffer leben oder gut im Hotel schlafen? Ich kann tatsächlich sehr gut im Hotel schlafen. Das ist wirklich ein enormer Vorteil. Ich schlafe da manchmal besser als zu Hause. Ich weiß gar nicht, warum. Andere Leute finden es grauenhaft, im Hotel zu liegen. Das Einzige, was ich jetzt immer dieses Jahr zum ersten Mal dabei habe, ist so ein kleines, spezielles Kissen. Ich hatte immer Probleme mit Kissen. Ich habe nie auf Kissen geschlafen. Ich habe immer so in meiner Armbeuge geschlafen. Und habe doch irgendwann gemerkt, ach, das ist nicht so richtig gesund für mich. Und habe dann ewig nach einem Kissen gesucht. Jetzt habe ich ein Kissen, ich möchte sagen, es fügt sich wie ein weicher, warmer Teig. Wie so ein Plätzchenteig fügt er sich um jede Stelle an meinem Hals oder im Gesicht. Und das liebe ich einfach. Und das habe ich tatsächlich immer dabei. Und damit kann ich im Grunde überall liegen und schlafen. Das ist aber auch gut, dass man das kann. Es gibt auch, wir haben ein besonderes Talent bei uns in der Band. Der kann wirklich auf Kommando zu jeder Tag- und Nachtzeit. Der ist auch Vater von jungen Kindern. Da fällt es einem nochmal leichter. Der kann überall einen wegratzen. Also Kissen muss unbedingt dabei sein. Was darf sonst nicht fehlen, wenn du eher auf Tour gehst? Also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, es nicht mehr genau darüber nachzudenken, was ich alles brauche. Ich nehme einfach einen großen Koffer mit und haue irgendwie alles rein. Dann denke ich irgendwie, wenn ich an Hemden denke oder so, dann denke ich jetzt nicht da, Auftritt da, sondern ich packe einfach immer alles mehr rein. Das ist auch nicht so lästig zum Packen dann. Dann ist der Koffer natürlich immer sehr voll. Es ist dann immer so ein bisschen kompliziert. Bei mir klöntert wirklich alles rum. Meine Frau würde es wirklich hassen, wie der Koffer aussieht. Aber so komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Du bist ein großer Fan von Frank Sinatra und ja auch der Swing-Musik. Wie bist du mit der Musik in Berührung gekommen und gerade auch speziell mit Sinatra? Also allgemein mit der Musik bin ich schon als Kind in Berührung gekommen, weil wir einfach zu Hause sehr viel unterschiedliche Musik hören. Mein Vater, der war eigentlich großer Klassik-Fan, hatte aber auch so ein paar Swing-Platten, so Big Band-Platten, Count Basie, Louis Armstrong, eher so diesen alten Swing, so aus den 30er, 40er Jahren. Aber sowas haben wir halt auch immer gehört. Wir sind einfach mit einer Selbstverständlichkeit damit aufgewachsen. Dann haben wir natürlich auch in Big Bands in der Jugend gespielt. Also da erkannte ich auch einiges. Ich habe Posaune gespielt und Schlagzeug. Und das ist ja oft so, dass man über das Musikmachen dann auch diese Musik so kennenlernt und schätzen lernt. Und so ganz speziell zu Sinatra bin ich wirklich gekommen über so einen Sampler, über so eine Wühltisch-CD, die größten der Erfolge von Frank Sinatra, die ich mir einfach mal irgendwann so mitgenommen habe, 10 Mark waren. Das war doch zu D-Mark-Zeiten. Und da war ich dann wirklich blitzartig verliebt in diese Musik und in diese Stimme auch und habe mir dann jahrelang nichts anderes mehr wirklich als Sinatra gekauft und gehört. Und das war damals ja auch noch schwieriger als heutzutage, dass ich gar nicht so richtig wusste, was gibt es eigentlich alles von dem. Da hat man immer mal durch Plattenläden, hat man immer mal wieder eine neue Platte gefunden, eine neue CD, die ich noch nicht kannte. Heute geht es natürlich super einfach über das Internet, kann man alles von Sinatra bekommen, was man irgendwie haben möchte. Das nutze ich natürlich auch und das höre ich auch immer noch total viel. Also ich finde es faszinierend, da zu sehen, was es in dieser Musikrichtung alles für Leute gab, auch natürlich außer Sinatra. Aber wie wurde dann ja aus diesem Wühltischfund ja so eine große und enge Beziehung? Also die Stimme war es, die dich begeistert hat? Die Stimme war das Erste, aber auch die ganze Musik. Ich habe immer auch ein Faible gehabt für Streicher und Sinatra ist ja jetzt nicht unbedingt Sinatra plus Trio, sondern der hat ja immer die großen Besetzungen, große Big Band und noch zusätzlich Streicher oft dabei und das fand ich schon immer toll. Das hat mich immer sofort angesprochen, diese großen üppigen Arrangements. Man hat dann da diesen Kopfhörer auf zum Beispiel und hört da diese große weite Welt. Er hat ja auch immer die besten Musiker gehabt, die besten Arrangeure. Das war immer alles vom Feinsten und das hört man auch. Und das habe ich dann einfach immer versucht so nachzusingen. Ich habe mir also meine Lieblings-Sinatra-Songs genommen und habe dann dazu mitgegrölt oder mitgesungen. Es gibt zum Beispiel eine frühe Aufnahme von mir, die habe ich letztens mal irgendwo wiedergefunden auf einer Kassette noch, da war ich auf dem Jazz-Austausch, eigentlich als Posernist in Amerika. Da sind wir in so ein Freizeit, ich glaube es war sogar im Disneyland, in den Freizeitpark gefahren und da konnte man, das waren so die Anfänge von diesen You Sing The Hits offen und da habe ich mir dann gesagt, ich singe mal My Way von Sinatra. Da war ich vielleicht 17, 18 Jahre alt, kannte den Song kaum, aber fand das irgendwie witzig das zu singen. Ist auch gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Das könnte man immer mal gucken, ob man das schon erkennen kann. Aber so bin ich halt reingerutscht und irgendwann habe ich dann halt über meine Mitbewohner, wir hatten so eine Posaunisten-WG und ich habe immer in der Bade, wenn ich im Bade war, da hatten wir gar nicht eine Dusche, da habe ich immer laut Sinatra gesungen und die haben dann irgendwann mal gesagt, Tom, klingt doch gar nicht so schlecht, nimm nochmal ein bisschen Unterricht, so als Nebenfach und das habe ich dann gemacht und so bin ich dann langsam reingerutscht und dann habe ich dann irgendwann den Wechsel von der Posaune und Schlagzeug zum Gesang gemacht. Musik hat bei euch in der Familie, du hast schon gesagt, immer eine Rolle gespielt. Ihr habt früh Musik gemacht, du hast Geige gespielt oder es ging wahrscheinlich los mit der Blockflöte. Genau, es gibt Fotos von mir, daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern, so musikalische Früherziehung mit diesem kleinen roten Glockenspiel, was damals immer alle hatten. Dann kam die Blockflöte dazu, da kann ich mich, ich kann mich nur noch erinnern, dass ich so kleine Finger und Hände hatte, dass ich diese Löcher nicht so richtig abdecken konnte. Das hat mir keinen großen Spaß gemacht. Die Geige war dann so das erste Instrument, was ich mehr gespielt habe, mit sechs ging das los und dann mein erstes Instrument, was ich mir selber ausgesucht habe, das war Schlagzeug. Meine Eltern haben auch immer alles mitgemacht, das war wirklich ganz toll. Die haben uns immer bei allem unterstützt, was wir an Musik und Krach teilweise bei uns im Haus gemacht haben. Das muss schlimm gewesen sein, aber die haben irgendwie, haben das alles irgendwie toleriert und dann habe ich noch Posaune dazu genommen und bei uns war immer auch total unterschiedliche Musik. Ein Bruder von mir, der hat irgendwann angefangen, nur härteste Rockmusik, also so richtig so super harten Metal zu hören, wurde dann gar nicht mehr so gesungen, sondern dieses mehr dieses Grundartige und ein anderer Bruder, der Dennis, der hat wahnsinnig viel Jazz gehört, auch viel härteren Jazz, sage ich jetzt mal, als ich immer gehört habe, aber so haben wir halt immer alles mögliche mitbekommen von den anderen und das schärft natürlich auch so die Sinne. Ihr seid vier Jungs zu Hause gewesen, du bist der Zweitälteste, verbindet die Musik euch dann auch. Tatsächlich, ich habe auch mit jedem so eine andere musikalische Verbindung mit meinem jüngsten Bruder Dennis, der auch viele Jahre bei mir in der Band gespielt hat, jetzt spielt er in der Big Band vom hessischen Rundfunkfest. Saxophon, ne? Genau, Saxophon, ein wahnsinnig guter Saxophonist und der hat jetzt keine Zeit mehr leider meistens. Mit dem habe ich ja immer so die Liebe zum Jazz und zum Swing geteilt mit meinem Bruder Colin, der Rocker, da habe ich auch mal eine Rockband gehabt, aber eher so aus Spaß. Also mit jedem habe ich so ein bisschen auch andere Sachen gemacht. Und das verbindet euch wahrscheinlich bis heute? Bis heute, wir verstehen uns auch alle sehr gut, ja. Swing-Musik sorgt ja bei vielen für gute Laune. Wie ist das bei dir, wenn du die auch machst und präsentierst als seine? Klar, der Rhythmus, der Beat ist natürlich eher, der ist natürlich zumindest beleben, so wie das so, so tanzbare Musik ist das ja immer. Und wenn Swing swingt, dann ist es natürlich auch wunderbar, dann kriege ich auch gute Laune. Ich kriege aber genauso gut schlechte Laune, wenn ich Swing höre, der ist schlecht gespielt, der halt nicht swingt. Ich wundere mich manchmal, dass ich früher so viel Spaß hatte in so Schüler-Big-Bands. Wenn ich da so Aufnahmen höre, auch von mir, da denke ich, das ist natürlich noch grauenvoll. Wie lang noch der Weg war, den ich dann auch gehen musste, bis das so dann anfing mal gut zu werden, was man auch macht. Man kennt das ja so von Vorspielen. Ich meine, so ein Vorspielabend auf der Geige ist auch keine Freude. Und trotzdem sitzen die Eltern da stolz und hören ihre Kinder da jaulen und kraulen. Aber tatsächlich, Swing macht einfach Spaß. Bisschen wie an Weihnachten, wenn die Oma zuhren und die Blockflöte schief gespielt wird. Aber was macht das mit dir? Ja, auch körperlich. Also ich kenne das wirklich von der Bühne. Ich bin zum Beispiel dann irgendwie vielleicht ein bisschen kaputt von einer langen Fahrt. Dann macht man Soundcheck. Und irgendwann geht es dann auf die Bühne. Und man ist aber immer noch so ein bisschen, fehlt die richtige Energie. Und dann spielt die Band aber so die ersten Takte. Dann zwingen die los. Und dann ist es immer erstaunlich, wie bei allen plötzlich dann allein durch das Spielen und durch das Musikmachen, durch das Zwingen, wie da so die ganzen Geister belebt werden. Das ist ja beim Publikum dann auch. Die machen dann alle mit. Und irgendwann am Schluss wird dann auch getanzt und so. Das ist halt einfach immer wieder interessant, spektakulär und toll, das zu sehen, was Musik dann machen kann. Wird auch nicht langweilig, die Songs so oft zu singen? Tatsächlich nicht. Es ist erstaunlich. Finde ich überhaupt nicht. Macht mir alles Spaß. Und es gibt natürlich auch trotzdem dann noch so eine große Auswahl an Repertoire. Bei uns ist kein Konzert wie das nächste. Und es kommen immer Songs wieder, die wir dann nur mal einmal spielen. Oder genau, weil sich einfach nur jemand gewünscht hat, was anderes spielen wir dann ein paar Mal öfter. Dann lassen wir es wieder weg. Es kommt keine Langeweile auf. Dadurch, dass bei euch Musik schon immer eine Rolle gespielt hat in der Familie, ihr alle Instrumente gespielt habt, standest du auch schon sehr früh auf der Bühne. Erinnerst du dich noch so an deinen ersten Auftritt und wie das auch für dich war? Ich weiß das tatsächlich noch ganz gut, dass ich immer wahnsinnig aufgeregt war und auch so diese klassische Nervosität hatte, dieses Lampenfieber. Das habe ich auch noch gehabt bei meinen ersten Gehversuchen so als Sänger. Ich weiß noch, dann gab es da auf der Uni, also auf der Hochschule gab es dann diese in Holland diese Vorsingabende, so nannte sich das, wo ich dann das erste Mal auch gesungen habe. Und ich weiß noch, wie diese unwillkürlich, diese Knie, wie in so einer Komödie, wie die Knie anfangen so zu zittern und so. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe. Also es gibt ja so Leute, die sagen oder behaupten immer, das wäre ganz wichtig für sie, Lampenfieber zu haben und ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich finde es ganz toll, wenn man fröhlich, man hat natürlich eine gewisse Anspannung, aber das ist einfach so eine professionelle Anspannung, dass man jetzt weiß, jetzt macht man mal, das ist einem nicht egal, jetzt was passiert. Aber quasi mit Angst auf die Bühne zu gehen, das finde ich ganz grauenhaft und das habe ich auch nicht mehr und das hat glaube ich auch niemand bei mir in der Band. Sonst könnten wir gar nicht so locker aufspielen. Wahrscheinlich jetzt auch nicht so viele Konzerte spielen. Ja, ich glaube, wenn man sich da immer quälen müsste und im Grunde, es gibt ja Leute, die möchten gerne Musik machen, die haben aber im Grunde Angst vor Publikum was zu machen und das haben wir Gott sei Dank gar nicht, haben wir uns völlig abgewöhnt. Sonst würde mich das auch zu sehr quälen. Du hast früh auch schon eben Posaune dann gespielt, auch Schlagzeug und warst mit Orchestern unterwegs, dem Bundesjugend-Chess-Orchester und dem Jugend-Chess-Orchester in NRW. Ihr wart auch mal in China unterwegs. Ja, das ist leider so, dass ich da gar nicht so viele Erinnerungen dran habe, das ist eigentlich traurig. Das war natürlich noch so eine Zeit, wo das echt noch deutlich anders war als heutzutage. Das war wirklich so ein großer kultureller Bruch. Ich weiß noch, wie wir da geflogen sind mit seltsamen Flugzeugen und es war irgendwie alles ziemlich anders. Aber ich war glaube ich da auch so in dieser Musikwelt und habe gar nicht so richtig das so dermaßen wert wahrnehmen können, wie ich das jetzt machen würde. Also je mehr wir reisen und verreisen, wir kommen ja auch ganz schön viel rum, desto mehr habe ich auch Spaß dran, auch so Land und Leute zu kennenzulernen und fremde Länder zu bereisen. Bleibt auch Zeit bei eurem engen Terminplan? Ja, leider immer, das ist der Klassiker natürlich immer zu wenig. Dann kommen sie, ah, wenn wir in irgendeiner schönen Stadt sind, dann haben sie sich dann mal dieses und jenes angeguckt. Muss ich mal sagen, leider nein, wir sind quasi kurz vor dem Auftritt am Nachmittag erst reingeschneit, da müssen wir alles vorbereiten. Und dann geht es natürlich nachher ins Hotel und morgens muss man schon wieder weiter. Also es ist immer ein Glücksfall, wenn man mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag Zeit hat, sich mal irgendwas anzugucken. Das macht ihr dann auch? Dann machen wir das auch. Also die einen mehr, die anderen weniger. Ich gehöre mittlerweile dazu, die es mehr machen. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du ja eine besondere Stimme hast? Habe ich selber eigentlich nie gemerkt. Ich habe immer gedacht, ich habe eigentlich eine doofe Stimme, weil ich die Sachen mitsehen konnte, die mir Spaß gemacht haben. Ich habe zum Beispiel jahrelang ausschließlich Queen gehört. Ich war ein riesen Queen-Fan und habe immer nur Queen, Queen, Queen gehört. Und Freddie Mercury hat natürlich eine wahnsinnig hohe Stimme. Es gibt ja wenige Leute, die eigentlich so hoch gesungen haben. Oder die Beatles haben auch so hoch gesungen und fast alles, was ich toll fand, Stevie Wonder und so. Das sind alles so Sänger mit so hohen Stimmen gewesen, dass ich mir dachte, ach, man muss anscheinend, muss man eine hohe Stimme haben, muss man so mehr Tenor sein, wenn man irgendwie so Musik machen möchte, erfolgreich oder überhaupt. Die Sachen, die mir halt gefallen haben, waren halt so. Und da habe ich halt immer so eine Oktave weiter unten drunter mitgegrunst, so wie bei Happy Birthday. Alle singen das hoch und ich muss immer Happy Birthday. Und dann habe ich halt durch Sinatra und Co. gemerkt, dass es, ach, es gibt ja auch eine ganz andere Richtung noch, wo die Leute eher so meine Stimmlage haben. Und bei Sinatra war es dann tatsächlich so, ich konnte endlich mal jeden Song einfach mitsingen, ohne dass ich irgendwie eine Oktave tiefer machen muss oder so. Und da, das ist mir aufgefallen, dass ich dachte, okay, das ist auch eine Musikrichtung, die steht meiner Stimme. Also das schmeichelt meiner Stimme auch, das kann ich gut singen. Aber selber hat man natürlich immer ein anderes Gefühl für die Stimme als andere Leute. Du hast ja schon erzählt, du hast dann in Amsterdam studiert, Posaune, Schlagzeug auch und eben Chessgesang. Hattest du dann schon früh auch den Wunsch oder den Plan, Sänger zu werden? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe gerne gesungen immer und habe auch mal irgendwo mal aushilfsweise, irgendwo habe ich mal mit 19, 20 mal in Boss Hannover gesungen. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass das den Leuten gut gefallen hat. Aber ich habe mich immer als Posaunist oder Schlagzeuger gesehen. Ich habe nie gedacht, ich könnte mal Sänger werden. Habe ich irgendwie einfach nicht so wahrgenommen. Und dann habe ich halt, irgendwann ging natürlich die Schere dann so auf, dass ich gedacht habe, ach, eigentlich ist doch Singen das Tollste. Und ich habe dann in der Big Bad immer hinten mit der Posaune gesessen und vorne waren dann die Sängerinnen und Sänger und haben da irgendwas gesungen. Und ich dachte, Mann, da möchte ich eigentlich doch auch gerne singen. Ich möchte auch Fly Me To The Moon singen oder solche Lieder. Und ja, dann hat es dann durch Zufall, durch diesen leichten Kick in den Hintern von meinen Posaunisten-Kollegen, hat es dann geklappt. Und dann ging es los in Holland dann auch schon mit einer eigenen Band? Tatsächlich. Also ich war schon relativ alt. Ich war über Mitte 20, als ich das erste Mal mehr oder weniger ein Konzert mit Leuten gesungen habe. Und das war mit so einer Band. Die haben noch jemanden gesucht. Die nannten sich die Young Sinatras, die Jungen Sinatras. Und die haben noch einen Sänger gesucht. Und ich habe dann einfach quasi vorgesungen. Und das hat sofort gut gematcht, wie man sagt. Und das war auch wahnsinnig witzig. Also ich habe das geliebt mit diesen Jungs. Die sind auch so unfassbar witzig gewesen. Also ich habe mich selten in meinem Leben so kaputt lachen müssen, wie über so ein paar Vögel in dieser Band. Das war irgendwie so. Die waren einfach, ich weiß nicht, ob das auch, es ist ein bisschen typisch niederländisch. Die Niederländer sagen ja oft, dass die Deutschen nicht so witzig sind. Da dachte ich immer, das ist ein blödes Vorurteil. Aber irgendwie in der Band dachte ich dann, okay, die sind nochmal, die haben irgendwie nochmal eine andere Tradition. Das war einfach großartig, was ich da für Lachanfälle gehabt habe, auch auf der Bühne. Also da gab es ein paar wahnsinnig gute Clowns in der Band einfach. Wie ging das dann am Anfang los? Wo seid ihr da aufgetreten? Und wie kam das auch an, dass ihr Musik von Sinatra gespielt habt? Wir haben tatsächlich ganz kleine Bühnen bespielt. Da gibt es in Holland auch ganz viel oder mal in so einem Pub einfach so kostenlos, gratis. Da hat uns irgendjemand gehört und fand das irgendwie toll und hat gesagt, habt ihr nicht auch mal Lust da zu spielen für ein bisschen Geld? Da haben wir natürlich gesagt, ja klar, das machen wir auch gerne. Und so ging das dann über die Jahre immer weiter und hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir richtig viel gespielt haben da. 2005 bist du dann zurückgekommen nach Deutschland, nach Köln und wurde es dann mehr oder weniger ein Stück weit von Stefan Raab auch entdeckt? Oder er hat dir zu deinem Durchbruch vorhelfen? Ja, tatsächlich. Stefan Raab war da eine ganz wichtige Figur. Ich habe einfach in Köln gewohnt und auch so halb in Amsterdam. Bin dann noch für Konzerte hingefahren, habe aber schon ein bisschen auch mehr in Deutschland gemacht. Und ich hatte einen Bekannten, der bei ihm Saxophon gespielt hat in der Band. Und irgendwann kam halt Stefan Raab mit der Idee, nachdem Robbie Williams sein Swing-Album gemacht hat. Das war glaube ich so 2003, 2004. Stefan Raab ist ja auch ein total großer Musikfan und ja auch selber ein super Musiker. Und der sagte dann, ach komm, lass uns doch auch mal so eine Swing-Sendung machen, so mit Sinatra und Co, so Red Pack mäßig. Und dann hat er sich überlegt, wir brauchen noch eigentlich einen Sänger dafür irgendwie. Und er hat in seiner Band rumgefragt, kennt ihr irgendjemand, der so Sinatra mäßig singt? Und dann hat dieser Saxophonist dann einfach gesagt, ja ruf doch mal den Gäbel an. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Der hat mich dann einfach mal angerufen. Wir haben uns getroffen, haben uns sehr gut verstanden. Dann habe ich einmal mit schlotternden Beinen einen Hubschrauberflug mit ihm gemacht. Er hat ja auch einen Hubschrauberflugschein. Und so bin ich dann in einigen Sendungen bei ihm gelandet. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich meine erste Platte machen konnte. Das war wirklich toll. Kein guter Pilot? Ein sehr guter. Nein, ein sehr guter Pilot. Ach, alles was Stefan Raab macht, ist immer großartig. Das wird er gar nicht gelten lassen. Nein, aber ich habe einfach Flugangst. Also nicht Flugangst, ich habe Höhenangst. Und das war so ein Hubschrauber, so ein kleiner, wo man zu zweit drin sitzt. Und dann war das diese Scheibe, die im Grunde fast bis zu den Füßen geht. Dass man auch schön gut nach unten gucken kann. Und das erste Mal in so einem Hubschrauber zu sitzen, das ist kein Vergnügen. Aber ich habe irgendwann mich daran gewöhnt. Aber ich saß schon da. Das ist nicht mein Naturelement. Ich glaube, ich bin noch nie Hubschrauber geflogen. Aber wahrscheinlich ein tolles Erlebnis. Warum seid ihr? Wo seid ihr hingeflogen? Wir sind einfach ein bisschen über Köln geflogen. Weil er einfach das Fliegen so liebt. Er hat ja auch einen Flugschein für Passagiermaschinen oder so. Das ist dann auch einfach ein Hobby von ihm. Und er freut sich immer, wenn er einen Anlass hat, so wie andere Leute dann zum Golfspiel nehmen. Und dann sind wir geflogen und haben währenddessen einfach gequatscht. Das war echt sehr nett. Was hat das aber verändert dann? Ja, der Auftritt in der Show? Der Auftritt war natürlich einfach plötzlich dann für ganz viele Leute sichtbar. Sonst habe ich immer so einen kleinen Rahmen, mal hier und da mal gespielt, auf einer Hochzeit, auf irgendeiner Gelegenheit, wo man mich halt haben wollte. Und plötzlich haben mich halt Millionen Leute gesehen. Das war natürlich großartig. Und dann wurden halt einige Plattenfirmen auch aufmerksam. Und dann haben wir halt das erste Album gemacht. Und so ging das dann alles los mit der Band, auch in Deutschland. Dieses Jahr mittlerweile, das war 2005, habe ich die Band gegründet. Jetzt sind wir 18 Jahre schon unterwegs. Also haben wir bald das 20-jährige Jubiläum schon. Wie hat dich das eigentlich geprägt, mit Rüdern aufzuwachsen, Tom? Ich glaube, das hat mich irgendwie sensibel gemacht für andere Leute, glaube ich. Ich denke manchmal so, dass manche Leute, die vielleicht Einzelkind waren, dass sie manchmal so ein gewisses Maß fehlt, so in andere Leute reinzugucken. Und Empathie nennt man das ja, glaube ich, gerade. Und ansonsten hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, es hätte uns auch mal gut getan, eine Schwester zu haben. Das fände ich auch irgendwie schön. Hätte ich gerne einfach gewusst, wie so jemand ist, wie die auch überhaupt aussieht. So mit den Genen meiner Eltern und dann als Frau wäre irgendwie witzig gewesen. Ja, hat nicht sollen sein. Aber meine Eltern haben es auch nie bereut. Wir haben natürlich mal gefragt, ist das nicht... Also im Nachhinein denke ich, es gibt einen bei mir in der Band, der hat vier Kinder. Und ich bekomme das mit, wie viel Arbeit das auch ist. Einfach so Organisationskram und so. Und dann denke ich an unsere Kinder zurück. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, das war irgendwie anders. Die haben uns mehr so laufen lassen. Auf jeden Fall, mein Vater sagte immer, es wäre nicht ein Kind mal vier, sondern natürlich mit jedem Kind mehr ist es ein bisschen weniger zu tun. Aber ich finde es trotzdem Wahnsinn, was wir unseren Eltern für einen Stress gemacht haben müssen. Seid ihr eng beieinander? Ja, schon eng. Wir verstehen uns alle sehr gut. Und auch von den Abständen? Von den Abständen geht es so ein bisschen auseinander. Ein Bruder wohnt in... Also mein Bruder Dennis, der wohnt in Köln. Ich wohne ja so ein bisschen außerhalb von Köln mittlerweile. Ein Bruder wohnt in Hamburg. Und ein Bruder wohnt... Der wohnt halb zu Hause, der ist Pilot und halb da, wo er fliegen muss in der Nähe von Baden-Baden. Aber vom Alter meinte ich auch? Ach so, dicht beieinander vom Alter. Also der Älteste ist sieben Jahre älter als der Jüngste. Also innerhalb von sieben Jahren, das geht. Ja, da gibt es dann auch schon Gemeinsamkeiten. Genau, aber ich habe tatsächlich natürlich die meisten Gemeinsamkeiten fast, weil ich mit jedem Bruder, also die beiden Ältesten natürlich, wir haben eh so eine Verbindung. Mit dem Jüngsten habe ich vor allem die Musik und mit meinem mittleren Bruder haben wir wieder andere Sachen zusammen gemacht. Zum Beispiel mein jüngster Bruder und mein ältester Bruder, die haben natürlich wenig gemeinsame Sachen gemacht in den wichtigen Jahren. Aber wenn wir zurückkommen zu Weihnachten, war wahrscheinlich auch an Weihnachten bei euch ordentlich was los mit vier Jungs. Es muss das absolute Grauen gewesen sein und natürlich auch diese Spielzeugorgien, die es dann irgendwann gab. Man ist dann ja total hemmungslos. Also ich weiß noch nicht, ob das erziehungstechnisch alles so richtig war, was wir dann irgendwann, wenn ich mir so die alten Fotos anschaue, was wir da für kistenweise alles hatten. Das haben wir natürlich total zurückgeschraubt. Bei uns ist jetzt eigentlich Weihnachten, wie es ja eigentlich schöner fast ist. Das besteht kaum noch so aus, kleine Geschenke werden irgendwie verteilt, aber ansonsten ist man einfach nett zu Hause und feiert irgendwie zusammen und ist mit der Familie zusammen. Erinnerst du dich an ein besonderes Weihnachtsgeschenk, wo du sagst, was weiß ich, Ritterburg oder Rennbahn oder irgend sowas? Ja. Oder ein Instrument vielleicht auch bei dir? Tatsächlich gar nicht. Also eins, an das ich mich sehr gut erinnere, war so ein Wellensittich, den ich hatte, Niki, den ich mit viel Liebe ein paar Jahre hatte. Der hat mir immer in die Schulbücher reingemacht, weil er immer alles machen wollte. Der war dann irgendwie Geschichte, irgendwas gelernt und dann ist er darüber gekrabbelt, hat daran rumgenagt und so. Das war schon schön, den zu haben, ein paar Jahre. Ich habe dann auch bittere Tränen geweint, als er irgendwann eingeschläfert werden musste. Also er war auch eine Sie und wir hatten dann auch irgendwann noch einen zweiten Wellensittich und die haben dann auch Kinder bekommen. Das war schon toll. Das war ein schönes Weihnachtsgeschenk auch. Glaube ich, ja. Für deine Eltern war das wahrscheinlich kein Problem, als du gesagt hast oder ihr gesagt habt, wir wollen Musiker werden, wenn Musik immer so eine große Rolle gespielt hat. Oder haben die gesagt, naja, das haben wir uns dann doch so nicht vorgestellt? Tatsächlich fanden meine Eltern das ganz toll. Meine Eltern sind beide Lehrer und meine Mutter sagte immer, das langweiligste fände sie halt, wenn wir jetzt auch Lehrer würden. Sie fand das immer toll, dass wir was ganz anderes machen und irgendwie hat es auch bei jedem geklappt, wo wir alle nicht so die normalen Berufe haben. Also zwei sind Musiker geworden, mein Bruder ist Pilot geworden, ein anderer. Der hat zwar auch Musik immer gemacht, aber das zeigte sich schon ganz klar, der hat sich auch immer für die Technik interessiert. Also der stand dann ganz schnell auch immer am Mischpult und fand das immer faszinierend und hat uns dann eher gemischt, als dann selber auf der Bühne gestanden. Der war so technisch interessiert und ein anderer Bruder, der ist auch so im Fernsehenproduzent und macht solche Sachen also auch im künstlerischen Bereich. Aber alle sind so ihren Weg gegangen. Was bedeutet dir das aber, dass du jetzt ja als Musiker auf der Bühne stehen kannst, mit so einem Orchester, mit fast zehn Mann unterwegs zu sein seit vielen Jahren, deine Musik oder der Musik von Sinatra, deine Note verleihen zu dürfen? Ich finde das einfach nur großartig. Das Leben, was ich führe, ich muss es wirklich sagen, es ist schon fast unangenehm, aber es ist wirklich, ich kann genau das machen, was ich machen möchte, auch musikalisch. Es ist nicht so, dass ich eigentlich Rocksänger werden wollte und jetzt das mache, weil das erfolgreich ist oder ich jetzt Weihnachtslieder singe, sondern und ich eigentlich was ganz anderes machen möchte. Ich kann wirklich genau das machen, was ich immer machen wollte. So Sinatra und diese ganze Stilrichtung und kann total viel machen und ausprobieren. Ich habe eine große Band mit tollen Musikern. Wir haben jede Menge Spaß. Jeder Abend ist irgendwie toll und dann macht es mir auch Spaß, wenn wir von dieser Tournedern wieder zurück sind, dann gehe ich ins Studio und arbeite wieder an neuen Songs oder mache solche Sachen. Also dieser ganze Lebensstil auch als Musiker, so zwischen viel im Studio sein und auch zu Hause zu sein und nicht jeden Morgen irgendwie ins Büro zu fahren oder irgendwie sowas zu machen und dann auf der anderen Seite wieder diese geballten Auftritte zu haben, wo man total lange weg ist von zu Hause, also das gefällt mir irgendwie sehr gut. Das finde ich sehr gut. Das gefällt natürlich auch nicht allen Leuten. Also viele Leute mögen es auch eben nicht, so lange von zu Hause weg zu sein und so eine Tour, die dann so drei Wochen dauert, die finden die ganz grauenhaft. Und es hat auch manchmal was für sich, wenn man so jeden Morgen so fest zur Arbeit gehen kann und nicht so in den Tag so reintrödeln kann. Aber mir gefällt das einfach wahnsinnig gut. Gab es einen Plan B, wenn das mit der Musik nicht geklappt hätte? Tatsächlich nicht. Ich bin völlig naiv da rangegangen. Es gab natürlich immer viele Sachen, die mich interessiert haben. Irgendwie hat mich zum Beispiel immer Jura interessiert. Einfach aber wahrscheinlich eher so ganz naiv, so wie man das aus Filmen kennt, fand ich immer, ich gucke liebend gerne irgendwelche Gerichtsfilme oder solche Gerichtsreportagen. Sowas finde ich alles wahnsinnig faszinierend. Aber wahrscheinlich der normale Alltag eines Anwalts zum Beispiel, der ist dann nicht ganz so spektakulär, wie ich mir das wahrscheinlich vorgestellt habe. Genau. Ich habe also eigentlich dann doch Gott sei Dank alles passend, alles richtig gemacht für mich. Jetzt seid ihr viel unterwegs in der Vorweihnachtszeit. Du hast schon gesagt, es ist nicht für jeden was, so viel unterwegs zu sein. Du magst es. Kommst du trotz alledem ein bisschen in Vorweihnachtsstimmung schon allein durch das Konzert? Tatsächlich. Also ich erlebe ja so viel Weihnachten wie wenig Leute. Was ich so ein bisschen schade finde, das ist meine Frau, die hat dann zu Hause natürlich das Haus so geschmückt und macht solche Sachen. Das kriege ich nochmal so jetzt ein paar Mal mit, wenn es mal wieder mal kurz für den Abstecher nach Hause geht. Das versuchen wir natürlich immer dann zu machen, wenn wir nicht so weit weg spielen. Wenn wir zum Beispiel in Düsseldorf spielen, da haben wir drei Konzerte in Düsseldorf. Da werde ich immer zu Hause schlafen. Und dann kann ich auch so ein bisschen auch die Weihnachtszeit so ein bisschen zu Hause auch genießen. Auch überhaupt, wie dann im Garten, wie es dann so winterlich wird. Das finde ich einfach auch total schön. Das habe ich früher auch einfach nicht so wertgeschätzt. Aber je älter ich werde, ich kann mir das wieder nachvollziehen, dass mein Vater zum Beispiel immer mit uns in den Wald wollte am Wochenende uns spazieren gehen. Und wir als Kinder, wir waren natürlich mal völlig undankbar, wie schlechte Söhne das. Aber wir wollen einfach immer nur Fernsehen gucken. Das kenne ich. Aber mir geht es auch so. Ich finde, das ist einfach eine schöne Zeit. Weihnachten. Auf was freust du dich, wenn du dann zu Hause bist, jetzt an Weihnachten, rund um die Feiertage? Ich freue mich einerseits, weiß ich ganz genau, wie ich die Ruhe einfach genießen werde. Einfach auch den Trubel mit der Band und den Auftritten. Dann freue ich mich, meine Mutter wieder zu sehen, meine Brüder. Einfach mal ein bisschen einfach daher zu quatschen. Feiert ihr auch zusammen dann? Wir feiern dann auch zusammen, tatsächlich. Dann freue ich mich natürlich, Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Einfach am Haus ein bisschen zu sein und bei uns im Haus. Einfach sozusagen einfach zu Hause zu sein. Denn das habe ich dann wirklich dann echt lange nicht gehabt. Ist ja auch schön. Ja, ich laufe dann auch einfach so ein bisschen durch den Garten, gucke mir so an, wie alles ist. Ich finde es auch dann einfach schön, auch mal wieder einfach tatsächlich einfach mal in den Supermarkt zu gehen, einzukaufen. Ich gehe auch zum Beispiel gerne einkaufen. Meine Frau hasst es. Ich mache immer gerne Einkäufe und dann laufe ich so schlenderbar so ein bisschen rum. Also so ganz normalen Alltag zu erleben. All das, was wir jetzt gerade nicht haben. Wir kaufen uns ja auch nichts selber hier. Wir werden mit dem Frühstück versorgt. Dann fahren wir irgendwo hin, dann liegen da Brötchen. Dann gibt es abends Essen. Wir werden also wie so wie Babys völlig gepempert den ganzen Tag. Nur in die Dusche springen müssen wir noch selber. Aber dann einfach mal wieder wie ganz normale Leute alles selber machen. Das finde ich toll. Das sieht man mal, wie schön der Alltag, der normale Alltag. Ja, man kann sich an allem erfreuen, wenn man es lange nicht gemacht hat. Wie ist das eigentlich, wenn Tom Gable einkaufen geht? Du wirst bestimmt erkannt, aber häufig dann auch an der Stimme, dass die Leute sagen, ah, Moment, die Stimme, die kommt beim Kass vor. Tatsächlich eher die Stimme als die Optik. Weil wenn ich so normal rumlaufe, ganz normal, leger, dann kommt das nicht so oft. Genau, ohne Smoking, ohne Fliege erkennt mich dann keiner. Und ich bin jetzt auch natürlich jetzt vielleicht anders als andere. Ich habe die Leute, die dann so zu mir auf die Konzerte kommen und die meine Musik hören, die sind auch immer sehr respektvoll. Also die sagen es nicht, hey Gable, sondern und brüllen irgendwo her, sondern die sagen, ah, Herr Gable, nur mal kurz gesagt, ich war letztes Jahr bei Ihnen auf dem Konzert, hat uns sehr gut gefallen, vielen Dank, machen Sie weiter. So diese Richtung ist das eher so. Das lässt sich wahnsinnig gut aushalten. Tatsächlich, ich wäre kein Typ dafür, der, ich wäre auch empfänglich, also negativ empfänglich dafür, wenn ich überall erkannt würde und überall, man könnte nicht mehr so sein normales Leben führen. Das finde ich doch schon sehr anstrengend. Eben nicht einfach einkaufen gehen. Genau, eben nicht einfach einkaufen. Das finde ich schon wichtig, dass man das kann. Was gibt es bei euch an Weihnachten zu essen? Habt ihr da Tradition auch? Ja, wir haben Tradition. Früher hat meine Oma, die hat das, so kannte ich es immer, es gab immer Kartoffelsalat von meiner Oma, ein ganz köstlicher Kartoffelsalat. Das Rezept haben wir Gott sei Dank noch, haben wir in die Hände bekommen. Und da gab es immer Würstchen dazu. Und mein Bruder Oliver, der auch immer fürs Kochen zuständig ist seit einigen Jahren, der macht auch keine großen Experimente. Der hat das einfach erweitert. Jetzt gibt es da noch was, was weiß ich, Frikadellen und Schnitzel oder irgendwas Vegetarisches noch dazu. Also es ist ein ganz einfaches Essen. Wir machen keine großen, komplizierten Gerichte. Zumindest nicht am 24. Und Geschenke, bleibt bei dir wahrscheinlich keine Zeit. Oder besorgst du die dann auch schon im Sommer? Doch, ich habe schon für meine Frau so ein bisschen was. Und das geht schon irgendwie. Aber es ist schon ein bisschen Stress. Ich bin also nicht der größte Schenker. Also ich finde es immer, ich habe auch immer Angst vor der Reaktion. Also irgendwas zu schenken, was nicht ankommt, finde ich ganz grauenvoll. Ja, das stimmt. Das ist nicht gut an Heiligabend oder an Weihnachten, das stimmt. Aber da müssen sich ja alle mal zusammenreißen, alle freundlich lächeln und danke sagen. Was kommt im nächsten Jahr 2024? Tatsächlich werde ich schon Anfang des Jahres weiterarbeiten an meinem schon fast legendären deutschen Album, was ich seit Jahren ankündige. Dann kam Corona dazwischen, dann kommt immer mal wieder, jetzt kam mir das Weihnachtsalbum dazwischen. Aber im nächsten Jahr soll es tatsächlich passieren, ein deutsches Album mit eigenen Songs, vielen eigenen Songs auch. Da freuen wir uns drauf und wünschen dir schöne Weihnachten und vielen Dank, dass du mein Gast warst. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Danke.